Mein Name ist Peter Gabis, viele von euch kennen mich, ich bin Musiker, Klangmassage-Praktiker und beschäftige mich seit einigen Jahren intensiv mit dem Thema Achtsamkeit und auch mit dem Thema, wie ist Achtsamkeit mit Klang, mit Hören verbunden, mit Musik verbunden und ich möchte auf verschiedene Arten und Weisen euch meine Gedanken präsentieren, einerseits mit praktischen Übungen, andererseits auch mit ein bisschen wissenschaftlichen Erkenntnissen und Forschungen und aber auch, ich habe so ein bisschen einen Hang auch zum allgemein philosophischen, spirituellen und meine Idee ist, das alles miteinander zu verbinden. Auch wenn Achtsamkeit keine Entspannungsübung ist, dann hilft sie trotzdem langfristig, und im Alltag weniger Stress zu erleben. Aber sie ist nicht einfach ein regulierendes Prinzip, sondern wir gehen an die Wurzel dessen, was uns Stress bereitet. Und das ist ganz oft einfach nicht präsent sein, in der Vergangenheit sein, in der Zukunft sein, in Gedanken zu sein, aber nicht aufmerksam im Hier und Jetzt zu sein, im Autopilot-Modus zu sein. Und je mehr Achtsamkeit entsteht und je weniger wir in diesem Autopilot-Modus uns befinden, desto entspannender und erlebnisreicher und lebenswerter wird auch der Alltag. Das ist zumindest meine persönliche Erfahrung. Und die Klänge können dabei maßgeblich unterstützen. Möchte ich vielleicht noch einen kurzen Ausblick auf den morgigen Workshop geben, wo ich vieles von dem, was wir jetzt hier besprochen haben, auch praktisch umsetzen möchte. Beim Workshop geht es um Themen wie Entspannung und Sammlung. Wie viel Entspannung brauche ich, um Sammlung zu erzeugen? Wir werden Hörmeditation machen. Wir werden fokussiertes und offenes Gewahrsein üben. Ein wichtiges Thema für mich in der Achtsamkeitspraxis sind achtsame Übergänge. Immer dort, wo ich von einem Bereich in den anderen gehe, brauche ich eine Form von Übergang. Und hier ist ganz, ganz viel Achtsamkeit gefragt, weil sonst nehme ich das Alte mit in das Neue. Und das führt oft zu Verwirrung. Wir werden uns sehr viel mit Körperwahrnehmung beschäftigen und eine Körperreise mit Klang machen. Und auch eine schöne Übung, die Achtsamkeit klingen zu lassen, zu der ich euch dann bei diesem Workshop einladen möchte. Und hier ist das Alte mit der Achtsamkeit. Untertitelung des ZDF, 2020